Dem Bastard in die Stirn schießen Abrechnung in der Ukraine Timoschenko-Tirade gegen Putin macht Furore Polizei besetzt Zentrale der Nationalgarde und erschießt Führer des faschistischen rechten Sektors Von Reinhard Lauterbach in der Jungen Welt In der Ukraine und international sorgt ein mitgeschnittenes Telefongespräch zwischen Präsidentschaftskandidaten Julia Timoschenko und einem Politiker der Partei der Regionen für Furore. Darin sagte sie unter dem Eindruck des Anschlusses der Krim an Russland, sie würde dem Bastard Putin am liebsten persönlich eine Kugel in den Kopf jagen. Sie werde alle ihre Mittel aufbieten, um von Russland nicht einmal verbrannte Erde zu hinterlassen. Timoschenko bestätigte das Telefongespräch im Wesentlichen und dementierte nur, dass sie sich für einen Atomwaffeneinsatz gegen die 8 Millionen russischen Einwohner der Ukraine ausgesprochen habe. In Kiew geht die Putschistenregierung derweil gegen Teile der eigenen Basis vor. Am Dienstag besetzten schwerbewaffnete Polizisten die Zentrale der erst vor wenigen Tagen gegründeten Nationalgarde. Sie war ein Auffangbecken für viele bewaffnete Aktivisten des rechten Sektors und der Selbstverteidigung des Maidan geworden. Diese hatten nach dem Machtwechsel in der Ukraine zunächst Polizeifunktionen übernommen, allerdings offenbar auch auf eigene Rechnung erpresst, geraubt und politische Gegner terrorisiert. Auf Widerstand stieß der Schlag gegen die Nationalgarde offenbar nicht, da die meisten Nationalgardisten derzeit auf Truppenübungsplätzen ausgebildet werden. Die EU hatte die Entmachtung der nichtstaatlichen Milizen zu einer Bedingung für Finanzhilfen an Kiew gemacht. In diesem Kontext gehört offenbar auch das Vorgehen der Polizei gegen den militanten rechten Sektor. In mehreren Städten wurden Anführer der faschistischen Gruppe verhaftet. In Rifne in der Westukraine wurde der regionale Führer der Gruppe, Oleksander Muczyczko, erschossen. Regierungssprecher erklärten, er habe sich seiner Festnahme widersetzt. Augenzeugen des Vorfalls vor einem Restaurant in Rifne berichten dagegen, die Polizisten hätten Muczyczko erst zu Boden geworfen und gefesselt, bevor er mit zwei gezielten Schüssen ermordet worden sei. Der Getötete war Anführer der ultrarechten Szene im Bezirk Rifne und bis in bürgerliche Kreise berüchtigt für seine gewaltsamen Auftritte. So zehrte er einen ihm missliebigen Staatsanwalt an der Krawatte durch den Gerichtssaal und brüstete sich, niemand könne ihm etwas anhaben. Früher hatte sich Muczyczko als antirussischer Freiwilliger im Tschetschenenkrieg betätigt und gerühmt mindestens 20 Soldaten getötet und zuvor gefoltert zu haben. Russland hatte deshalb einen internationalen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Nach offizieller Darstellung in Kiew war Muczyczko wegen des Verdachts von Raubüberfällen und organisierter Kriminalität zur Fahndung ausgeschrieben. Das wirft ein Licht darauf, aus welchen Milieus sich die Stoßtruppen des Euromadan rekrutierten. Im Kiewer Parlament beschäftigten sich die Abgeordneten derweil mit Personalrohrschaden. Nachdem Verteidigungsminister Igor Teniuc am Dienstag zurückgetreten war, wurde er durch den Befehlshaber der Grenztruppen General Michael Kowal ersetzt. Dem bisherigen Minister war vorgeworfen worden, den auf der Krim stationierten ukrainischen Soldaten nicht den Befehl zur bewaffneten Gegenwehr gegeben zu haben. Teniuc wies diesen Vorwurf zurück und hatte schon am Anfang der Woche seine Untergebenen kritisiert, weil sie nicht auf die russischen Truppen geschossen hätten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017